Drei kleine Eulen Drei kleine Eulen wohnt mit ihrer Mutter in einem hohlen Baum mitten im Wald. Kinder, pflegte sie zu ihnen zu sagen, ihr dürft nie und nimmer bei Tageslicht hinaus. Für kleine Eulen ist die Nacht da und nicht der helle Sonnenschein. Ja, Mama, pflegten die kleinen Eulen im Chor zu antworten. Trotzdem, so dachte jeder der kleinen Eulen insgeheim, möchte ich es nur ein einziges Mal probieren, um zu sehen, warum es verboten ist. Solange ihre Mutter da war und auf sie aufpaßte, gehorchten sie auch. Aber eines Tages flog sie auf einen Augenblick weg. Die erste kleine Eule sah die zweite kleine Eule an und sagte, probieren wir's? Und die dritte kleine Eule sah sie alle beide an und meinte, worauf warten wir? Sie flogen aus dem Baum in den hellen Sonnenschein hinaus, in dem die Eulen mit ihren Nachtaugen fast gar nichts sehen. Die erste kleine Eule flog zum nächsten Baum, setzte sich auf einen Ast und zwinkerte ins helle Licht. In diesem Augenblick machte ein Gewehr unter dem Baum, pfiff, und eine Kugel riss sie eine Schwanzfeder fort. Huh, machte die erste kleine Eule und flog wieder nach Haus, bevor der Jäger einen zweiten Schuss abgeben konnte. Die zweite kleine Eule flog auf den Boden nieder. Sie blinzelte zweimal und schaute herum und gerade als sie den Kopf drehte, sah sie einen großen roten Fuchs hinter einem Gebüsch hervorschleichen. Grrrr, machte der Fuchs und sprang nach der zweiten kleinen Eule. Uh, machte die zweite kleine Eule und flog, gerade noch zur rechten Zeit, zurück zum hohlen Baum. Die dritte kleine Eule flog so hoch hinauf, wie sie nur fliegen konnte. Als ihre Flügel ermüdeten, segelte sie wieder zum hohlen Baum hernieder, wo sie zu Hause war, und saß auf dem höchsten Ast desselben auf, um sich auszuruhen. Da blickte sie hinunter und entdeckte eine große Wildkatze, die das große Loch im Baum beobachtete, das zum Zuhause und zur Geborgenheit für die drei kleinen Eulen führte. Uh, machte die dritte kleine Eule, aber zu sich selbst, sodass es die Wildkatze nicht hören konnte. Dann sah sie sich nach einer Möglichkeit, sicher nach Hause zu kommen, um. Sie sah einen Dornbusch in der Nähe und flog hin, brach mit dem Schnabel einen Dorn ab und hielt ihn ganz fest. Lautlos flog sie darauf zurück und schlug den Dorn in die Weichteile der Wildkatze, so fest sie nur konnte. »Jau!« machte die Wildkatze und versuchte aufzuspringen, sich umzudrehen und einen Satz zu machen, alles auf einmal, und fiel stattdessen vom Ast herunter. Ihr Schädel krachte auf einen tieferen Ast, und dann fiel sie weiter und direkt dem Jäger auf den Kopf. Der ließ sein Gewehr fallen und fiel selbst hin, und das Gewehr ging los und tötete den Fuchs, der sich hinter einem Gebüsch versteckt hatte. »Uuuh!« machte die dritte kleine Eule. Ihr Schnabel tat ihr sehr weh, weil sie den Dorn so festgehalten und weil sie damit so stark zugestoßen hatte, wie noch möglich. Aber das machte ihr jetzt nichts mehr aus. Sie schlüpfte stolz in den hohlen Baum und erzählte ihren beiden Geschwistern, dass sie eine Wildkatze, einen Jäger und einen Fuchs getötet hatte. »Das musst du geträumt haben«, sagte die erste kleine Eule. »Ganz sicher hast du das nur geträumt«, sagte die zweite kleine Eule. »Wartet bis zum Abend, und ich werde es euch schon zeigen«, sagte die dritte kleine Eule. Die Wildkatze und der Jäger waren aber nur betäumt. Nach einer Weile kam die Wildkatze zu sich und schlich davon. Dann wachte der Jäger auf. Er fand den Fuchs, den sein Gewehr erlegt hatte, als er es fallen ließ, nahm ihn beim Schwanz und ging nach Hause. Als die Nacht hereinbrach, kamen die drei kleinen Eulen aus ihrem Baum hervor. Die dritte kleine Eule schaute sich die Augen aus, aber sie konnte weder die Wildkatze noch den Jäger oder den Fuchs entdecken. »Uuuuuh«, sagte sie, »ihr habt recht. Ich muss es geträumt haben.« Sie alle waren jetzt der Meinung, daß es doch nicht sicher sei, bei Sonnenschein auszufliegen und daß ihre Mama recht gehabt hatte. Die erste kleine Eule war zu dieser Überzeugung gelangt, weil die Kugel des Jägers sie gestreift hatte. Und nach der zweiten kleinen Eule war ja der Fuchs gesprungen. Aber die dritte kleine Eule dachte das ganz besonders, weil vom Traum, den sie geträumt hatte, ihr Schnabel ganz wund war. Und weil es ihr so weh tat, wenn sie zu fressen versuchte, daß sie den ganzen Tag lang freiwillig hungerte. Moral? Bleib untertags zu Hause. Morgenausflüge können dich in Schwierigkeiten bringen.